ja lasst mich meine erfahrung mit dieser taschenlampe gemeinsam mit euch teilen die technischen daten blende ich euch ein wir nehmen diese lampe zunächst aus der verpackung das gefällt mir irgendwie nicht wieder dieser plastikmüll aber den kann man ja auch umweltgerecht entsorgen was kommt alles sozusagen mit bei diesem kauf werfen wir einfach mal ein blick auf die verpackung die ist leider in englisch beschriftigt das sind alle wichtigen hinweise beziehungsweise eben die gebrauchseigenschaften aufgeführt ein ce zeichen kann man erharschen das ist dann schon nicht mehr in der bedingungsanleitung vorhanden es ist also auch nur etikettiert das kommt also aus dieser verpackung die lampe selbst ein mitgelieferter akku und ein ladekabel das ist mal schon ein gutes zeichen das heißt also wir brauchen zum aufladen dieses akku ist natürlich kein externes ladegerät das macht dann schon die ladeelektronik in der lampe dazu braucht man natürlich dieses kabel aber vorhin seid nicht enttäuscht die ladeelektronik ist sehr sehr schwach das heißt dass es fließen so maximal 200 milliarmwert das heißt also über zehn stunden braucht ihr um diesen riesen akku aufladen zu können diese beiden leds einmal eine ultraviolett leuchtende led und natürlich weiße leds die diese leuchtkraft dann bewirken genial ist diese konstruktion abgewinkelt die kann man natürlich auch um 90 grad drehen und schon hat man eine stablampe in der hand aber diese abbildung ist genial das werdet ihr gleich noch mitbekommen da gibt es nämlich einen magnet fuß das werde ich euch demonstrieren der ist sehr sehr kräftig das heißt also der bietet der lampe natürlich halt an metallischen körpern und wenn es dann abgewinkelt ist könnt ihr in komplizierte ecken zum beispiel bei der reparatur eines autos oder in dingen wo er so ganz schlecht hereinkommen diese magnethaftung nutzen das ist der ladeeingang hier mit dem micro usb kabel verbunden da reicht eine normale usb schnittstelle zum aufladen liest ja eben nicht allzu viel strom hat er gesagt 200 milliampere ja die brennt natürlich beim aufladen zunächst rot auch brennt sie rot wenn sie aufgeladen werden will dann switcht die slamschen sozusagen auf grün das ist auch der einschalter der nicht sehr erhaben ist im dunklen schlecht zu finden ist ja das ist das ultraviolette licht und das sind die zwei unterschiedlichen leuchtstelle die erst dann umschaltbar sind wenn der akku tatsächlich voll aufgeladen ist ja noch mal gezeigt diese abwinklung das ist eine geniale konstruktion hier ist die usb schnittstelle noch offen vergesst ihn nicht zu schließen sonst ist die wasserfestigkeit dahin es ist ja strahlwasser fest liebe freunde hier die beiden reflektoren noch mal gezeigt strahlwasser fest bedeutet man kann sozusagen allseitig wasser bestrahlen lassen ja das habt ihr gehört hier so ein anwendungsbeispiel ich habe es mal an den heizkörper gekleppt abgewinkelt leuchtet genügend aus um eine reparatur durchzuführen sind ja diese beiden unterschiedlichen leuchtstärken vorhanden und auch dieses ultraviolet licht das kann man sehr gut nutzen um zum beispiel ölflecken auf zu spüren oder leute die ein haustier haben werden die lampe benötigen um vielleicht urin spuren zu lokalisieren das machen wir jetzt einfach mehr wir gehen auch ins freie ihr seht die leuchtkraft das ist natürlich keine richtstrahler sondern die reicht aus um den weg zu beleuchten das ist ja auch nicht die hauptverwendung dieser taschenlampe soll da kein richtstrahler sein sondern sie soll den weg ausleuchten oder euch bei der reparatur behilflich sein hier ein ultraviolettes beispiel hier seht ihr das ist die starke leuchtstärke wieder weg gut ausgeleuchtet wird und es sind keine 150 meter aber aber in der ferne wird auch noch wirkung erzählt ich fasse jetzt einfach mal zusammen was hat mir sozusagen gefallen die verarbeitung ist sehr hochwertig das alugehäuse ist robust wie b 65 bedeutet strahlwasser geschützt sie kann natürlich auch mal ins wasser fallen die einstellbaren beleuchtungsstärken das ist auch gar nicht so toll schlecht inklusive des schwarzlichtes und natürlich die integrierte ladeelektronik wenn sie auch sozusagen nicht sehr stark ist und die magnethaftung abwinkelung und natürlich die ansteckklemme ja 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 Vielen Dank.